Musik Sind die Sensoren eingebaut, empfängt der Bauer Daten zum Düngerbedarf seiner Pflanzen auf das Handy und kann dann Maßnahmen ergreifen. Und das alles dank diesem Überwachungssystem. Die unterirdischen Sensoren messen ein bestimmtes Gebiet des Anbaus und prüfen Faktoren wie Helligkeit, Feuchtigkeit und Nährmittelzustand. Die ausgesendeten Daten informieren den Bauern über Handy oder Tablet über alle aktuellen Werte. Und von Nija Almeria bis zum Firmensitz in Magrena del Alcor in Sevilla, wo wir José Luis treffen, der sich an diesem Projekt beteiligte. Das überall einsetzbare System wird in den Gewächshäusern Almerias eingebaut und auch in Orangenplantagen wie diesen geprüft. Grundsätzlich bedeutet das... Technologische Innovation für eine avantgardistische Landwirtschaft.